Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. In diesem Video geht es wieder etwas um Call of Duty Advanced Warfare. Und zwar bekommen wir für CODAW bald neue Anpassungen. Und das sind diesmal keine ganz normalen Anpassungen, sondern das sind spezielle E-Sport-Anpassungen, kann man vielleicht sagen. Und ihr seht die jetzt gerade schon im Hintergrund. Das sind nämlich Anpassungen, die eben gebrandet sind nach einem E-Sport-Team in COD, und zwar nach dem Team Denial E-Sport. Das sind die Leute, die auch die Championship gewonnen haben dieses Jahr. Und für dieses Team gibt es jetzt eben Anpassungen, beziehungsweise ein komplettes Anpassungsset. Sei es wieder Helm, Exo, Oberteil, Rüstung, Hose, Handschuhe und Schuhe. Willkommen kann man das alles im Juli auf der Xbox und dann eben später noch auf den anderen Plattformen und eben durch verbesserte Vorratslieferungen, also durch die Vorratslieferungen, die man kaufen kann, und auch durch die ganz normalen Vorratslieferungen. Ich denke, das ist eine nette Sache. Eine kleine Belohnung kann man vielleicht auch sagen für das Gewinnerteam. Noch einmal so eine Wertschätzung vom Entwicklerstudio, also von Sledgehammer Games. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht für die nächsten CODs auch so fortgeführt wird, also dass dann halt Black Ops 3 auch Anpassungen bekommt von dem Team, das eben die nächste Championship gewinnt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann kommen wir noch zu einem zweiten kleinen Thema, das hier ganz gut dazu passt. Das ist nur so ein kleiner Gedanke, den ich habe. Und zwar finde ich es ganz allgemein gut, wenn E-Sport so ein bisschen mehr in das Spiel mit reinkommt. Und zwar könnte man eigentlich für die nächsten CODs und vielleicht auch für dieses COD noch nachträglich Exoskelette und Anpassungen von den verschiedenen Teams mit ins Spiel bringen. Das heißt, ein Exoskelett von Face, von Optik Gaming, von Envius und so weiter. Und dann könnte man diese Exoskelette eben zum Kauf anbieten und man könnte dann irgendwie die ganzen Erlöse zu 100%, zu 80%, keine Ahnung, was da dann das Beste ist, also abzüglich der Gebühren für Sony und für Microsoft benutzen, um die Preisgelder weiter anzuheben. Also dass es bei diesen ganzen COD-E-Sport-Events dann höhere Preisgelder gibt und dass man den E-Sport von COD so noch ein bisschen pusht. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Vielleicht kommt da ja irgendwann noch was dazu. Da bin ich immer sehr gespannt. Von Trey Arc könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, denn die waren ja bei Black Ops 2 auch schon sehr auf den E-Sport fokussiert und haben da auf jeden Fall gut mitgeholfen. Und ja, das war's dann ansonsten mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin COD-Videos sehen wollt und in Sachen Advanced Warfare und Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.